Ich bin auf jeden Fall nicht mehr kriminell. Ich bin nicht mehr unterwegs und hau Leute weg für Geld oder ich mach keine Raubüberfälle mehr. Gott sei Dank. Also der Cut ist auf jeden Fall passiert. Aber irgendwo liegt das Gold und Sie wissen wo? Das sagen Sie jetzt. Sie haben sich foltern lassen im Irak und haben es nicht verraten. Vielleicht wusste ich es ja wirklich nicht. Vielleicht. Vielleicht auch schon. Vielleicht auch nicht.